Hallo und herzlich willkommen zur Hauptstory von Green Commander Saga, die zweite Folge, also Folge 8 sozusagen, mit der Hauptstory. Wir bewundern jetzt diesen wunderschönen Ladebildschirm, in der Hoffnung, dass er schnell vorbei ist. Ich kann allerdings nichts anderes machen, mein Aufnahmeprogramm trollt mich heute aufs bitterste. Ich kann nur im Programm selber die Aufnahme starten, meine geliebte F9-Taste tut's nicht. Sowohl Start als Beenden funktioniert nicht, das heißt, ich hoffe und bete, dass es jetzt alles funktioniert. Ich habe schon angezoomt, einmal. Ich habe schon angezoomt, einmal. Unsere Hellcats und Thunderbolts haben nur ein paar Minuten, um alle Krieger und Gefängnisse zu entfernen. Wenn das Zeitpunkt ist, Charly Wing, aus dem 2 Longbow aus dem William Tell Squadron, wird in die Kampfgebung und beginnen ihre Torpedos gegen die Tharkmar. Wenn alles fertig ist, werden wir zurück in die Hermes via NAV 3 zurück. Es ist nicht, dass sie ihre Location zu allen Katzen in der Stadt zeigen. Ja, so machen wir das. Das ist ein guter Plan. Und damit, auf geht's. Wir fliegen in mein ungeliebtes Schiff Hellcat. Aber was willst du machen? Ich vermisse den Gleitflug jetzt schon. Alpha and Bravo wings, form on my wing. You guys know the drill. Set autopilots for NAV 1. Xand Man, I'm making you the leader of Alpha Flight. I'll still be in overall command of the mission, but I want to see how you can lead a foreplane flight in combat. You really think that's a good idea? I don't think so. Cool it. I just want to see what he's made of. Proceed to next waypoint. So, mal sehen, was ist uns jetzt erwartet? Heide. Open fire on my target. I'm switching to your target. I'm switching to your target. Ah, wir machen hier aber nicht mehr mit einer höchsten Geschwindigkeit. Ich will meinen... Ach komm, scheiß auf Fuel. Ich kann mich jetzt schön befehlen, das Feuer zu konzentrieren. Das ist gut. So. All clear. Set course to NAV 2. Proceed to next waypoint. Ich habe irgendwie Bock, mich da immer hinzutreten. Das brauche ich aber nicht. Eigentlich normal gemachte Autoprodukt auch für mich normalerweise. So. Da sind wir. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ah, da kommen sie. Wo hat denn der schon Schaden hergekriegt gerade? Das Schiff ist so unmänglich. Echt unangenehm. Ah, ich könnte hier mal aufhören, um das Schiff zu meckern und dann einfach ordentlich fliegen. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Uh. Um. Achtet! Achtet! Ich will das für dich. Die Fires sind etwas schwer, als ich erwähnt habe. Achtet! Oh, so du brauchst du Hilfe? Vollidiot. Wollen wir ja, der will die hier angreifen, ne? Ne. Krieger. Alles klar, zu spät. Vollidiot. Damn. Er ist tot. Attack my targets. Das war's jetzt schon, das ist ja schön. Wir konzentrieren uns erstmal schön, das Feuer auf dieses gute Ding hier. Was ist das hier? Wenn wir den Raffen zerstören, schießt die Autorin auch schlecht. Voll. Einfach mal klar haben, stehen bleiben. Das ist ja, das ist ja durch. Bloodhout squadron, this is the William Tells. We are convincing our torpedo run. Cover us if you can. You heard the man. Was ich sehen, was ich da bin? Die Schilder fliehen, dann sehen wir die Provision. Die Dinger übermachen. So. Die Schilder sind einfach mit ihren Schilden. Ok, das ist jetzt auch so weit. So. Jetzt haben wir uns die Box geholt. Das heißt, die dürften theoretisch nicht mehr schießen können. Was ich auch ein interessantes Ziel finde, wären die Sensor vielleicht, ja, aber die, das ist ja schon da. Dafür, dass ich deren Waffensysteme zerstört habe, schießt sie noch ziemlich präzise, muss ich sagen. Oh, ja, das ist doch auch ein Schaden. Ui! Was? Ich sehe eigentlich nur einer. Ach, ne. Also in meiner Zählung nach, zwei Korvetten, zwei Leichtzerstörer. Können wir mal den hier machen? Den hier, den hier und den hier. Genau, die sind zwei. Ne. Ein heavy-carrier, Bantakara-Class, zwei heavy-cruisers, vier Destroyers, zwei Korvetten. Das ist so schön, das sind komplett, komplett alle auf Deutsch. Und los. Ja. Niemand ist nach Hause. Alle Piloten, setz den Kurs für die Hermes. Proceed zum nächsten Wegpunkt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange die Folge schon geht, aber ich glaube, die geht jetzt zehn Minuten oder so. Dann würde ich einfach noch eine Mission mal kurz dranhängen an die Folge. So geht's ja nicht. Muss ja auch ein bisschen Länge reinmachen. So, das immer. Mission complete. Sandman, you're first in the cycle. Das ist wirklich schön. Need clearance, TCS Hermes. Welcome back, Pilots. Nice job on that little carrier. You're cleared to land. Das war natürlich mit Freude. Schön. Um und... Geschafft. Was? 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 Ich hab jetzt mal kurz erwähnt, was ich gemacht habe. Wir haben drei Leute nur. Immerhin 63% Treffer gerundet. Das ist ganz ordentlich. Du hast alle gehört den Schraubbel-Alarm, also müssen wir das schnell machen. Recon-Flights der Sparrowhawk-Squadron reporten, dass KIS Tifuask es alles aber als Flightdecks geschlagen wird. Und sie werden hier in der Stunde stehen. Unsere Recon-Patrollen haben bereits mit Kilrathi-Skälten geliefert. Um den Körner zu beschützen, Colonel Walker ist ein Magnum-Lausch, alle Fähler auszulaufen. Schäufe von den anderen Fähler-Squadren sind aus der Hermes-Skälten zu formen eine Haupt-Defensiv-Perimeter. Others werden diese Kilrathi-Destroyer-Kilrathi-Skälten, die schnell wie die Missile-Lausch-Range sind. Wir, Bladhounds, haben wir Pulling-Point-Defensiv. Unsere Job ist einfach. Wir sind vor den Hermes- und ihre Escorten. Wir werden unsere Defensiv mit den anderen Squadrons und Escorten des Battle-Grups koordinieren. Alles, was schneller als die Haupt-Defensiv-Skälte wird, werden wir auswählen. Keine Fragen zu beantworten. Los geht's! Oh, immer noch eine Aufnahme, Neolium? Ja, durchaus. Komm ich erst ein paar Minuten wieder lenke, oder? Dann mach das mal. Wir sehen, sprechen wir uns gleich wieder. Oh. Sweeney, wenn du Däume, kann ich auf deinem Lappen, wenn das alles passiert? Oh. Head in the game, Mister. Oh. Sandman, are you receiving this laser link? I hear you, Sir. I want you being the wing leader again. I saw you command during the raid. I want to see how you do it in the point defense situation. Das ist mal. Major Hitchie, those destroyers are almost in missile range. Blow them out of my sky! Roger that, Colonel! 2. Hellessies und 4. Hellessies L's Archer Squadron covering Delta Quadrant. We have sighted hostiles This is Spongebark Leader in the Beta Quadrant. We are engaging the enemy Burma Tiger Squadron, engaging enemy fighters in Alpha Quadrant So, the battle to defend our carrier has begun Again, I might add Again? Yeah, we pulled point defense duty last week. As our rear Admiral Kavahat got borderly wounded, thanks to Grey Wolf Hey pal, it wasn't my fault I was kidding, Grey. Major Gonzales already botched that last one. Pay for it, but there's life Can it, you guys? We wait till any Kilraffi get past the perimeter. Till then, keep your mouth shut Sehe ich das richtig, dass wir gerade vier Hellcats gegen die ganzen Kilraffi sind? Das wird witzig Oh, das ist hier Bravo Wir machen einfach mal folgendes Ähm Ah ne Also Major, Bombers ahoy Attack my target Go for the Bombers first Break an attack Attack my target Attack my target Attack my target I'm switching to your target Superblamass staff Wir greifen uns erst Der greift den, dann nehm ich den Der geht ja meistens mit einer Rakete direkt drauf Aber ich habe NUR Kommando über ihn sozusagen So, der Ja, das ist so schön. Gut, getan. Shit, da war wieder meine geliebte Kollision. Wo sie sich dann auch mal kurz abschütteln. Jetzt kann es einigen, dass die Verwarten wieder nicht so ganz stark sind. So. Ähm, Aufgabe. Ja, sehr gut. Seh'n hier. Muss ja nicht sein, dass die dazukommen, ihre scheiß Torpedos abzufeuern, ne? Das gibt's doch nicht. Ich bin zu Ihrem Ziel. Boah. Ich muss doch nicht um den kümmern, alles klar. Alles klar. Ich will die Verwarten. Begeleitet. Öffn, Feuer auf mein Ziel. Ich bin zu Ihrem Ziel. Auf mein Ziel. Es ist viel zu wenig. Waffen im Stress. So, was wir geschafft. So, was wir geschafft. Wir sindibilidad. Wichtig. Erste Kalki-Waffe für die Straße neutralisierte. Die Kalki-Waffe für die Schicksale. Kannst Du nicht auf der Blutheide SUL? Das ist unglaublich. Sie die Kalki-Waffe mit verdammt. Sieht gut aus Schildtechnisch. Wir haben alle noch keine Treffer bekommen. Äh, äh, entschuldigen. Straglers! Die! Du verletzt, Freak! Ja, wir kennen die Prozedur. Attacke mein Target! Ich schweige dich zu deinem Target. Da sind die anderen, genau. Die gehen auf die anderen, dann gehen wir auf die Bomber. Das ist ein guter Auftrag. Ach Mensch, die Waffen sind schon wieder weg. Das nervt mich. Aber wir halten auch mal so viel aus. Äh, geil. Ich kriege auf den. Hab'n wir da. Ich hab' die Schilder voll durchgedacht. Das ist jetzt nicht los. Ich hab' die Schilder. Ja? Bloodhounds, get it together. Hermes, woher die resten von meinem Squad? Loser Weg aus, Major. All right. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich etwas gut machen. Ich hab' die Schilder. Attack' mein Target. Ich schweige dich zu deinem Target. Gut. Keine Bombe mehr da. Die Olympia hat einen abgekriegt. Das ist nicht so schön. Ich hab' auch einiges abgekriegt, um genau zu sein. Auch nicht so schön. Aber hier sehen jetzt wenigstens ein paar Fighter mehr her. Das ist gut. Das ist ein großartiger Leader. Mein Exekter wurde zerbrochen. Wiederholen. Mein Exekter wurde zerbrochen. Ich denke, er hat er geschafft, zu ejecten. Bereite, um den S.A.R. Ich hab' mich... Ach, ich hab' den Attack verstanden. Ich hab' mich 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 verstanden. So können wir das jetzt nicht mehr vornehmen. Das ist so gut. Die D-Water schießen. Die D-Water schießen. Die D-Water schießen. Die D-Water schießen. Dieses Wacknitier ist nicht gut es nervt. Das ist sehr schön. Das war gut. Casualty report, Mudshark Leader. Three down. No ejects. War Jag, Ice Blade, and Foxtrot. Jaws here. All Kilrathia in our region are gone. Gamma Quadrat secure. Hermes, the Kilrathia are ripping us to pieces. We need assistance. Burma Tigers, come in. Burma Tigers, respond. Spider Wing, can anyone report on the Burma Tigers' status? We can't see them from here due to the jamming. This is Mudshark 3. Four from the Burma Tigers have been destroyed. The rest of the squadron's in trouble. Lieutenant, what about the bombers? They're still en route. We're picking up bombers and escort. Open fire on my target. I'm smashing to your target. I feel like this ship has a great amount of fuel. Oh, a nice Raketentammer. Die, you burnish freak! Die, you're gonna break this! Der kommt jetzt nicht mehr, was I have to? Das sind alle Bombers. Hermes, Gigi hier. Wir haben beide Destroyer vorhin sie können mitzulernen. Cover meine Target. Got das. Wir bekommen Informationen aus den anderen Squadrons. Alle die übernommenen Kilgrathe sind zum Entschluss und abbrüht. Great job, Team! Und die Hermes leben für einen anderen Tag. Wir haben es geschafft! Gut, Fighter Wing. Ich bin froh von euch alle. Bloodhounds, ihr habt eine Beleidung für lande. Mission complete. So, mach mal das. Ich glaube so um ist, oder? Nee. So ist schon richtig. Das war's. 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 Bis dann. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.